Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über die Frage, wie viele Ikea-Hotdogs kann man am Stück essen. Zuerst über mich, ich bin Schweizer und ich probiere das Ganze jetzt aus. Also bin ich direkt zur nächsten Filiale gegangen. Wir sind bei der Ikea. Jetzt wird gespachtelt. Natürlich musste ich mich aber auf so eine waghalsige Challenge extrem gut vorbereiten. Ich fühle mich wie in einem Himmel. Und dann war keine Zeit für Spaß mehr. Es wurde ernst. Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, wie viele es werden können. Sie sind nicht riesig, aber sie sind auch nicht klein. Sag es wirklich Hotdogs. Danke. Erstmal vielen Dank an Ikea, dass wir das machen dürfen. Erster Hotdog. Let's go. Erster fertig. Zweiter Hotdog. Nummer zwei. Down. Dritter. Fertig. Die ersten vier sind fertig. Die ersten drei waren easy. Der vierte war schwierig. Ich muss so ein bisschen dehnen. Boah, Digga. Der Unterschied von vier zu fünf ist riesig. Fünfter fertig. Fünfter fertig. Der letzte Hotdog. Schreibt in die Kommentare, wie viele vegetarische Ikea-Hotdogs ihr mögt. Ich bin so voll. Schalke. Ich bin so 그래서 derobooks.